hallo und willkommen zurück zum nächsten video von let's play uncharted golden evils ich mache mir ein bisschen dunkler wieder bei mir und jetzt kümmert wir uns um die sniping action hier dann sind wir schon drei wo ich mach's gut okay offensichtlich soll man nicht auf den schießen wer von wo wo kommt dieser typ mehr ich schieße da Okay, geht blind. Achtung, da! Los, los! Oh nein, nein, nein. Warum halten Sie an? Das Ruhr ist locker. Machen Sie Witze? Entweder werde ich erschossen oder ich stürze in den Tod. Hey, alles klar. So, danke. Im Moment dachte ich, es ist vorbei. Ja, und ist das Amulett den ganzen Ärger wert? Oh, das tut mir gar keine Ahnung. Wieder eine lange Geschichte, was? Nicht. Komm, lass dich. Mist. Fehle Laster. Mutter! Nö? Wir müssen irgendwie das Geschütz ausschalten. Moment mal. Da war Springstoff hinten auf dem Laster, auf dem ich war. Nein, nein, nein. Das ist eine dämliche Idee. Ja, wirklich. Total bescheuert. Wie sieht denn? Nein, 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 nein. Riecht ihn hoch, was? Ja. Voll aufgeladen, Helden, Fraktion des Spielers Plus. Ah, Zirkesgelöfe. Los! Ich weiß zwar nicht wie, aber wir haben es geschafft. Ja, keine Ahnung wie. Oh gut, dann sind wir schon drei. Danke. Du mieser Drecksack. Hey, hey, was machen Sie denn? Los, weg mit dem Ding. Na los. Gut. Ja, zufrieden? Warum legst du das Ding nicht auch weg? Dann sehen wir, wer von uns beiden das letzte Wort hat. Aufhören, wir müssen sofort hier weg. Oh, das hast du gehört. Na schön. Wir müssen nämlich wissen, dass wir drei nirgendwo hingehen werden. Mann, Drake, wegen dir sitzen wir in der Tinte. Ich meine, schau dich doch mal um. Und meine Stiefel. Verdammt nochmal, weißt du eigentlich was... Ihre Stiefel? Machen Sie Witze? Nein, ich. Sie haben die Arbeit meines Großvaters gestohlen. Und sie, sie ausgerechnet, Guerro gegeben. Hey, jetzt machen Sie mal ganz langsam die... Mieser Scheißkinn! Tschüss! Oh mein Gott, Nate! Das habe ich nicht gewollt! Ist schon gut. Es ist gewohnt, durch die Gosse zu schwimmen. Dem passiert nichts. Na, Guerro. Muss weg. Zeit zu gehen. Ah, ich habe ihn 11. Okay. Machen wir... Wahrscheinlich läuft es erstmal auf den Death und dann auf einen Neustart hinaus. Machen wir im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich. Tschüss! Bis gleich. Acht? Hach fotos! Hachan.